dass ich angeschossen werde du 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 lalalala ich merke das gar nicht nach wo es gar nicht hin hier muss ich hin und es leckt und es macht überhaupt nicht ach tonicum das sicherheits lique tonicum passt die temperatur ihren epidermis dahingehend an ja ich weiß jetzt auch so was epidermis ist meine was ja jeder vielleicht ist jeder außer mir ich weiß es nicht an dass sie sicherheitskameras und geschütze verwirrt die reaktion entsprechend verzögert das muss ich doch das muss ich reinhauen beim durchsuchen eines bildes oder einer leichte kannst du noch einmal suchen um etwas anderes zu erbeuten was ist das verbandskästen verleihen etwas mehr gesundheit ich habe das raus das ist doch mal ein geiles tonicum vor allem für für solche dinge ins wasser wie mich die sind ja ihr wisst was ich meine ich hätte nämlich ein sicherheitskameras da ich denke mal ich hast jeder wir sind zum haßen da in dem spiel ich könnte aber wieder verbandsgästen gebrauchen und ich da irgendwie finde ich die rohrzeuge vom designer eigentlich voll geil wie diese sehen die aus wie diese versicherungskameras diese sicherheitskameras wieso sehen die aus wie melonen verkrüppelte melonen wie so tarnung ist das aber kaum aussicht war sogar hacken experte ist das originell hacking smart gegen tonicum dass den das den alarm abschaltet und dabei hilft kurzschlüsse zu vermeiden dieses plasmid aus hack smart reihe ist ein absolutes muss für jeden noch mal dass den alarm abschaltet und dabei hilft es ist ja noch geiler was kannst du zwei über zwei überlastungsplatten weniger beim hacken hacken seht ihr eh nicht von daher ist mir hacken eigentlich egal verringert den schwierigkeitsgrad beim hacken von geschützten bots und kameras nach habe ich raus so oft hecke ich kameras nicht oder bots oder so jetzt an diesem verdammten ort denn nichts was diese ungläubigen nicht stehlen papierhandtücher tintenfässer zaubernüsse chlorophyll lösung sogar meine alten ausgaben von national geographic damit schützen sie ihre widerlichen kleinen schreine schütze ich diese krass vision ich habe die sicherheitssysteme von diesem laden gehackt die geschütze werden wir nichts tun ja ja ich weiß von der abriegelung der stadt das ist lächerlich gib mir nur eine minute die ersten lazarus-tests waren sehr vielversprechend wenn diese gallica-rosen blühen sind wir im geschäft herzgott nochmal hey die abriegelung oh ja gut ich verschwinde aber irgendjemand muss nochmal zurückkommen und nach diesen proben sehen sie sind extrem wichtig ja ich weiß ich bin dumm da war sachen würde ich noch hätte aufheben können und da war habe ich gerade mein eigenes ding kaputt gemacht ich bin so ein experte was haben wir denn da das braucht was ist das für ein counter und ich bei mir einfach keine ahnung vielleicht geht der ganze web kaputt irgendwie sieht das auch big daddy aus dieses alles so dass er zum big daddy kommt juli wir beide hatten doch eine abmachung oder etwa nicht es ist bereits geld geflossen lass mich die aus unserem vertrag vorlesen ich zitiere abschnitt die ryan industries corporation erhält die exklusivrechte zur herstellung nutzung und verwertung des lazarus-vektors eigentum bedeutet zivilisatorischen fortschritt juli ohne die wahrung des eigentums fallen wir zurück die arme sollte das help sein oder ein zahncote ich glaub help ich hab einen flammenwerfer ach hier steckstoffgranate und napalm wie geil alter lack mich am arsch ist das geil wow es geht aber schnell die muni runter oh war ich nicht antipassonenpistolenkugeln panzerbrechenden g-patron ein autohacker warum nicht in der zentrale du 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 das war doch ein zahlencode moment ach muss man hier lesen natürlich sieben vier fünf sieben neun vier fünf sieben ich bin aber auch schlau fünf fünf oh ein schlüssel brauch ich wohl das ist ein mehrteiliges ziel ok drücke immer meine übersicht über alle teile das ziel zu halten um das aktive ziel zu erzielen der pfeil und die karte werden er werden dich dann zu deinem aktuellen ziel führen ok 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 wo sind das meine ziele war noch auf einem moment ok so wie wähle ich denn ziele aus ziele besorge sieben einheiten destilliertes wasser besorge sieben enzymproben besorge sieben einheitlich keine ahnung ich nehme bestilliertes wasser so pfeil wo bist du so 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 Vielen Dank.